Ja, Yannick, nee, nicht in dem Ton. Wir haben gesagt, 10 Uhr. Nein, Ende der Diskussion. Boah, ey, einfach aufgelegt. Was? Der hat einfach aufgelegt? Das gibt's doch nicht. Ich bin so froh, wenn ich diese Pubertät endlich hinter mir habe. Ich sage dir, das ist Horror pur. Ist das so schlimm bei euch? Bei euch etwa nicht? Nee, also, ehrlich gesagt, überhaupt nicht. Bei uns total. Yannick und ich, wir geraten nur noch aneinander. Wir verstehen uns überhaupt nicht mehr. Der ist immer nur am Meckern. Dann liegt's wahrscheinlich an eurer Kommunikation. Ich mein, du musst dich natürlich auch ein Stück weit auf die Kids von heute einstellen. Hey, yo, Motherfucker. Dein Dresscode ist voll Kacka. Schau dich an, dein Klamotten-Style. Der ist mega scheiße statt supergeil. Deine Hose hat nen Fleck. Sieht das deine Bitch, ist sie weg. Also, Hurensohn, sei nicht dumm. Zieh dich lieber nochmal um. Ghetto Faust. Siehste? Jetzt zieht er sich um. Also, wahrscheinlich. Auf jeden Fall meckert er mich. Danke. Da fehlen noch 20 Cent. Oh, Entschuldigung. Warte.